So, jetzt sind wir in meinem Garten wieder, wie ihr seht, die Wäsche ist aufgehangen, heute natürlich mit feinstem Sommerwind, deswegen habe ich den Sommerwind von Kuschelweich auch heute genommen und die Wäsche habe ich mit Omo flüssig gewaschen, was ihr in den letzten Videos gesehen habt und auch mit 50ml von den pulverförmigen, da ich hier die Bettwäsche gewaschen habe. auf 60 Grad und die natürlich auch mit der Bleiche einen desinfizierenden Teil haben soll. Ihr werdet sehen, im Video muss ich mich ein bisschen für entschuldigen, mein Baby hat dazwischen geplappert immer wieder, aber es ist ein fröhlicher kleiner Bub, der gerne singt und ständig etwas herumprabbelt, bitte verzeiht es mir, weil es ist so halt, wenn man Kinder hat. Und ja, ich hoffe bis zum nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. 11 Heute mal mit Gesinge von meinem Baby, das ist gerne fröhlich und munter. Ja, das ist gut. Mama Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Drei. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.